Die Esprit Wickeltasche im klassischen Basic Design bietet viel Platz für die wichtigen und nützlichen Dinge im Alltag. In den geräumigen Staufächern und den zwei Außentaschen verstauen Sie Fläschchen, Windeln und Pflegeutensilien. Sollte der Platz nicht ausreichen, können Sie einfach über einen Reißverschluss den Stauraum erweitern. Besonders praktisch sind die im Lieferumfang enthaltenen zwei zusätzlichen Utensilientaschen für Ihre Wertsachen, eine herausnehmbare Thermotasche, die Fläschchen länger warm hält, eine hygienische Schnullertasche und eine faltbare Wickelauflage, die immer einsatzbereit ist. Dank gepolstertem und verstellbaren Trageriemen trägt sie sich besonders angenehm und schnürt nicht ein. Sie können sie aber auch schnell und in Griffnähe am Kinderwagen befestigen. Die Wickeltasche von Esprit sieht nicht nur gut aus, sie bietet auch genügend Platz, damit Sie alles dabei haben, was Sie auf Ausflügen mit Ihrem Kind benötigen.